Und dann lauf ich, lauf ich, lauf ich, lauf ich im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Und ich bin heute gefragt. Nein, komm. Ah, das sieht besser aus. Das scheint nur eine Einkerbung zu sein. Ah, zwei Gnome, zwei Whisper-Will. Will ich's wagen? Ich weiß nicht. Komm, ich versuch's. Mehr als schief gehen kann's nicht. Natürlich hab ich keinen dieser beiden Gnome getroffen. Ist ja auch klar. Okay. Wie stell ich mich jetzt hin? Versuch ich's mal so? Nein, da kam kein Stein runter, wo du stehst, Gnome. Warum kann ich dich, Gnome, jetzt da knüppeln? Hupsi. 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 Heilen, treffen lassen, angreifen, besiegt sein. Gut! Und das nächste Erdelement. Ich müsste eigentlich schon etwas Neues erlernt haben. Ich gehe mal nachgucken. Fels 1, Fels 2, Fels 3. Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Steinwurf. Geisterpanzer. Schwäche. 2 kann ich jetzt auch. Okay. Ich werde garantiert gleich mal den Steinschlag zeigen. Das interessiert mich gerade selber, was das ist. Badam, 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 Badam. So. Wo war denn der Steinschlag? Da finde ich die Lawine aber mächtiger. Die habe ich sehr viel früher erlernt. Wir haben gesehen, die Lawine macht mehr Schade als der Steinschlag. Warum habe ich den Steinschlag dann jetzt erst gelernt? Na, Katze? Bum, 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 ta-da. So. So. Ihr seid auch beide weg. Das ist gut. Ich möchte dich in den Ganzen. Komm. So. Ein bisschen weiß ich, ob die Knöpfe sind. So ein bisschen kann man sie erfüllen. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Warum habe ich das dumme Gefühl? Ich laufe schon wieder zurück. Oha. Das ist so das bisschen dumme an Wasser. Du musst eigentlich dran stehen zum Knüppeln. Dann kannst du die gute Wasserattacke einsetzen. Warum hat der eine jetzt mehr Schaden? Und ich laufe, 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 laufe ins Ungewiss. Okay. Ich scheine richtig gelaufen zu sein, weil dieser Gang ist mir noch nicht bekannt. Diese Gegner aberdings. 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 Bum, 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 bum. Vom Blut-Travity auf jeden Fall. Selbst den Genom da hinten habe ich noch getroffen. Das werde ich wiederholen. Ja. Jetzt möchte ich aber mal sehen. Hat Steinschlag einfach nur die Garantie, die zu treffen? So langsam muss ich mir über mein Leben immer wieder Sorgen machen. Aber wie gesagt, erst so langsam. Ein Geisterlicht erhalten. Schön. Ich weiß nur gerade nicht, was das ist, aber ich werde es gleich herausfinden. Oh, da hinten habe ich noch ein Gebot. Geisterlicht. Heiliges Wasser. TP. Völlige Heilung. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und ich laufe weiter und... Es ist nur einer. Komm. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Wassersäule 2 abreichen würde von der Range her. Okay. Hm. Kann ich nicht noch irgendein Geist sein? Na, nicht so ein Geist. Kein Gegner-Geist, sondern ein befreundeter Geist. Dann läuft die Geist eben. Komm. Komm. Einmal knüppeln. Und einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Na, endlich. Und du brauchst auch nur rein. Das ist gut. Super. Oh, ja. Ein Raum. Ja, ich hab einen Geist gesehen.